Herzlich willkommen zu den Nachrichten aus Neumünster. Stadtgebiet. Die Stadt hat ihren Neujahrsempfang im Museum Tuchentechnik wegen der aktuellen Corona-Infektionslage wie im Vorjahr erneut abgesagt. Eigentlich hätten wir, wie es mittlerweile gute Tradition ist, am 14. Januar im Rahmen des Neujahrsempfangs das Goldene Buch der Stadt ausgelegt und gemeinsam mit den Bürgern auf ein gesundes neues Jahr anstoßen wollen. Dies ist aber aufgrund der aktuellen Situation der Coronavirus-Pandemie nicht möglich, bedauern Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schettiger und Oberbürgermeister Tobias Bergmann in einer gemeinsamen Stellungnahme. Neumünster TV hat stattdessen die Neujahrsansprache der Stadtpräsidentin und des Oberbürgermeisters aufgezeichnet. Diese sind ab Freitag, 14. Januar auf der Internetseite der Stadt unter www.neumünster.de im Internet abrufbar. Innenstadt. Immer mehr Menschen gehen jeden Montag gegen die Corona-Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung auf die Straße. Erstmals gab es jetzt eine Menschenkette als Gegendemonstration, die über den Großflecken vom Rathaus bis zum ehemaligen Karstadtgebäude reichte. Rund 180 Neumünsteraner trafen sich unter dem Motto Mitvertrauen für Neumünster. Angemeldet worden war die schweigende Veranstaltung von Pastor Wolfgang Mieter von der Vizellin-Gemeinde als Privatperson. Gut 300 Menschen machten sich zeitgleich mit Polizeibegleitung auf den Weg vom Rathaus Richtung Bahnhof, um gegen Impf- und Maskenpflicht zu protestieren. Dabei kam es zu einem Übergriff, als ein betrunkener Demonstranten mit einer Bierdose angriff. Die Polizei schritt ein. Innenstadt. Die Stadt bietet bis Ende Januar in der Holzen-Galerie weiterhin ein freies Impfangebot an. Es wendet sich vor allem an Menschen, die eine Erst- und Zweitimpfung haben möchten. Der Zugang erfolgt vom Eingang des Gänsemarktes aus. Die Termine sind am 20., 21., 24., 25., 27., 28. und 31. Januar jeweils in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr. Der letzte Einlass erfolgt um 16 Uhr. Booster-Impfungen finden weiterhin parallel mit Terminen in der ehemaligen Teststation in Neuholsten-Galerie sowie im Impfzentrum an der Lahnstraße 5 im Industriegebiet Süd statt. Tungendorf. Ein 20-Jähriger hat den Bahnübergang Sturferweg trotz Rotleys überfahren und damit sich und seinem Beifahrer in Lebensgefahr gebracht. Bundespolizisten beobachteten jetzt das unerlaubte Überqueren der Gleise. Sie verfolgten den Skoda Superb und kontrollierten das Fahrzeug. Als sie die beiden Insassen auf ihr Fehlverhalten ansprachen, erklärten sie lediglich, dass sie es eilig hätten, weil sie in Hamburg ein Auto kaufen müssten. Den Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren, das heißt vermutlich eine Geldstrafe über 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. Zudem lag ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Eine Strafanzeige wurde von den Beamten gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. Gartenstadt. Nach dem Tötungsdelikt an der Rendsburger Straße am Neujahrstag ermittelt die zuständige Kieler Mordkommission weiterhin und sucht Zeugen. Bei der Bluttat war ein 31-Jähriger in einer Lager- und Gewerbehalle erschossen worden. Der Inhaber des Gebäudes, in dem unter anderem ein Palettenhandel untergebracht ist, hatte am Nachmittag des Neujahrstages zuerst ein eingeschlagenes Fenster und wenig später den Toten entdeckt. Ein Tatverdächtiger wurde in der Nähe von Hamburg festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Männer kannten. Der Festgenommene schweigt bisher zu den Vorwürfen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0431-160-3333. Das war's mit den Nachrichten aus Neumünster. Wir wünschen noch eine schöne Woche.